Musik Unser schönes Office liegt in einem der Berliner Stadtzentren am Checkpoint Charlie. Jetzt haben wir den entscheidenden Vorteil, dass wir mitten in der Stadt sind, vielleicht für jeden erreichbar und die ganze Community, die Tech-Community auch hier einladen können. Because we're a Consultancy, so everyone is usually traveling during the week, we all kind of come together in the Berlin Office on Fridays. Hier im Berliner Office haben wir eine ganze Breite von Leuten und allen Talenten und wo die Leute herkommen. Und das ist auch so ein bisschen, was hier die Stimmung ausmacht. Also man fühlt sofort eine gewisse Internationalität. Was wir hier an ThoughtWorks machen, ist es, wir bauen complexe Lösungen für unsere Kunden, whether es Produkte oder Plattformen. Und ja, die Leute sitzen auf der Computer und schreiben code oder arbeiten auf der nächsten Big-Produkt Roadmap. Und wenn du ein ThoughtWorks Setup, oder wo ein ThoughtWorks Team ist, dann kannst du diese Energie fühlen. Es gibt Leute, die diskutieren, die schreiben, die schreiben, die darüber sprechen, die darüber sprechen, wie ein bestimmtes Problem zu lösen. Bei der agilen Softwareentwicklung fängt eigentlich jeder Tag mit einem Stand-Up an. Stand-Up heißt, ich treffe mich morgens mit dem Team, wir haben eine Kanban-Wall, also wir haben so eine Art Board, da haben wir alle Aufgaben drauf. Da stehen wir da alle, das dauert so ungefähr, ich würde sagen, 20 Minuten. Da gucken wir dann auch die Aufgaben drauf. Was ist fertig? Was muss noch gemacht werden? Wer kann an was arbeiten? Was ist in der Analyse? Und das ist eigentlich wie so eine Gewohnheit, das muss man jeden Morgen. Also das Schöne ist, wenn man bei uns anfängt, als neue Kolleginnen oder Kollegen, man wird nicht alleine losgeschickt, sondern man ist immer Teil des Teams und bekommt darüber einfach Erfahrung. Und je nachdem, wo man herkommt und auch was die Interessen sind, versuchen wir da die Teams entsprechend auch zusammenzusetzen. Wenn man sich überlegt, ob man bei ThoughtWorks anfangen will, ich glaube, ein guter Anfang ist, dass man technisch interessiert sein muss. Wir haben ganz viel mit Technologie zu tun und das ist es, was wir unseren Kunden an Mehrwert bringen. Wenn man dann interessiert ist an der Kultur, die wir hier haben, und das muss man unbedingt sein, dann ist es der absolut beste Arbeitsplatz. Es sind offene Leute, wir sind sehr divers, wir sind sehr inklusive. Wir unterhalten uns darüber den ganzen Tag und wir versuchen uns da permanent als Gemeinschaft weiterzuentwickeln. Wenn man das mag, ist man hier richtig aufgehoben. Wenn man das mag, ist es nicht so einfach, wir gehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020